Ja, aber schau mal selber, es ist so geil hier. Zum Beispiel Ischi, seinen schönen Bauch. Willkommen in der Mühli Hunzica in Rubingen. Wir sind schon mal am Bier trinken. Wir haben jetzt einen ganz mühsamen Soundcheck. Wir haben ein neues Innensystem. Ja, aber schau mal selber, es ist so geil hier. Zum Beispiel Ischi, seinen schönen Bauch. Das Wort zum Soundcheck, du, es ist recht langsam. Ihr ist letztes Mal ausgestiegen. Das heisst, wir haben ein neues System mit ***. Das heisst auch, dass wir alle Sachen, also alle Levels nicht einstellen müssen. Und das geht einfach mega lang. Weil bis jeder genau den Sound, den er braucht, geht zwei bis drei Stunden. Und das ist halt so ermüdend. Ja, aber es ist gut, weil ich in der Mühli spielen und es ist ausverkauft. Das ist so. Das ist so. Das wäre immer gut ein Du. Wir freuen uns. Jihau! Das ist so. Wenn man jemand versucht, etwas was er braucht. Hey, ich bin ganz neu. Wir haben eine Kerle. Wir müssen uns uns anschauen. Das hat Nicki und ich zusammen gemacht. Alles Handarbeit. Ich arbeite mit Verkauf, ein Merch, weil ich nicht so viele Sachen kann, die man mitnehmen kann. Ich habe gefunden, es muss handgemacht sein und die Leute animieren, um etwas zu machen. Das ist einander schreiben, was sehr schön ist. Und jetzt unterschreiben, weil Made with Love by Niki, aber ich habe ja auch mitgekauft, ich habe ja auch handgeschrieben. Und dann einfach noch die Kuhenzähne schreiben. Ich habe noch ein Träum, auch für dich. Ich bin die Juppe, ich suche und mag es viel mehr. Ich bin mit uns da und von den Silbertanen verbunden. Und Freunde, ich werde immer sehen. Oh, Freunde, es soll für immer sein. Wir sind die Juppe, nur mit dem als Gehörg hat. usts Nooo. Aber wie du Kessisch weiss ich. Oh, 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 oh. Wir machen's grad, no, oh, oh. No, no, oh, oh, oh. No, no, oh, oh, oh. Aber wie du Kessisch weiss ich. No, oh, 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 oh. No, oh, 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 oh. Komm, wir machen's grad. No, 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 no. Es war mega toll. Das alles verkaufte Hals hat sich völlig, wie soll ich sagen, auch auf der Bühne widerspiegelt. Wir waren total gut drauf. Es war ein Ping-Ponges wie uns herr. Es war einfach geil. Super Stimmung, tolle Leute hier. Ich bin total kaputt, aber mega härtlich. Es war cool. Ja, ja, ja. Einander. Hier wurde der Nähe Gott. Es war ja so etwas, was wir haben. Ich bin total.